Heute zeige ich euch, wie ich die Moskitosrasboras in meinem 30-Liter-Aquarium mit frisch geschlüpften Arthemia füttere. Nachdem ich vor ca. 1-2 Tagen einen Arthemia-Ansatz gemacht habe, kann ich diesen nun verfüttern. Da Arthemia in Salzwasser angesetzt wird, ist es wichtig, den Ansatz vorher mit frischem Wasser zu spülen, damit der Salzgehalt im Aquarium nicht ansteigt. Denn wir wollen ja nur füttern und nicht die Wasserwerte verändern. Nun ist es an der Zeit, die Moskitosrasboras zu füttern und dazu gebe ich eine kleine Menge der Arthemia in das 30-Liter-Aquarium. Man kann beobachten, wie die Moskitosrasboras auf die Jagd gehen. Viel Spaß beim Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020